hallo meine lieben freunde meines kanals ja das ganze video ist wieder werbung für das teleskop was ich euch momentan vorstelle dass 2 sie ist da es 50 und jetzt hatte ich mal die gelegenheit ein schönes foto zu machen und zwar von einem planetarischen nebel als werden sich viele fragen was ist es und vor allem welcher nebel das hier meine lieben ist der sogenannte handheld nebel der befindet sich ungefähr 1300 lichtjahre von uns entfernt und das ist jetzt kein foto mit dem sie ist da sondern dass sie ist space engine um euch zu erklären was da eigentlich los ist in diesem nebel und warum gibt es den überhaupt der nebel besteht aus einem doppelstern system und zwar aus einem roten zwerg und einem weißen zwerg und im zentrum dieses nebels befindet sich dieser weiße zwerg und das ist das überbleibsel eines sonnen ähnlichen sternes der seine schalen abgeworfen hat also manche sterne explodieren nicht in einer supernova sondern wenn sie etwas geringere masse haben wie zum beispiel die sonne dann entsteht dort ein weißer zwerg aber auch ein planetarischer nebel und das ist das was man beobachten kann auch mit dem sie ist da es 50 das heißt also dieser nebel circa 1300 lichtjahre von der erde entfernt wenn wir uns mal wikipedia anschauen dann sehen wir also diesen hantel nebel hier und auch die erklärung dazu 1300 lichtjahre entfernung und so weiter und so fort und was man hier auch angucken kann bei wikipedia das sind fotos die aus der geschichte heraus entstanden sind zum beispiel john herschel parsons ja hier ein foto und da unten haben wir dann noch isaac roberts 1888 und wenn er das jetzt mal anguckt ja das ist schon richtig gutes foto und man für damalige verhältnisse und dieses teleskop wurde damals tatsächlich genau für diesen zweck entwickelt aber was wir uns heute angucken das ist eben foto eines smart teleskops des ja sie ist da es 50 und ja faszinierend kann man nur sagen ja man muss schon ganz genau hingucken und sich dann fragen wie kann ein solches teleskop sowas überhaupt aber ja interessante geschichte also nur als kleiner hinweis ja das video ist jetzt werbung für dieses teleskop unten in der video beschreibung findet ihr dann einen link und wenn ihr da drauf klickt und das teleskop dort kauft dann bekomme ich eine provision aber das teleskop wird deswegen nicht teurer für euch und das video ist entstanden in zusammenarbeit mit astroshop die mir diese teleskope immer auch zur verfügung stellt zum testen und was wir jetzt angucken das ist ein foto vom si star s 50 genau dieses nebels der sich 1300 lichtjahre von uns entfernt befindet und da muss man schon sagen neun minuten belichtungszeit nicht optimale bedingungen muss man auch ganz klar sagen ich hatte gestern immer wieder bewölkung drin und was das si star s 50 macht faszinierende geschichte im übrigen immer wenn ein satellit durchfliegt und immer wenn zum beispiel eine wolke das objekt verdeckt und keine belichtung möglich ist dann werden diese bilder verworfen wenn es nicht optimal ist sagt das siehst du automatisch im display du pass mal auf ist es nicht optimal das foto schmeiße ich weg und probier das nächste und das wird ja gemacht solange man will auch 42 stunden wenn man lust hat ja und jetzt weiß ich schon wie bei manchen so ein fragezeichen über dem kopf erscheint weiß ich jetzt natürlich jeder fragt was redet der denn für ein blödsinn wie soll ich denn 42 stunden belichten es wird ja auch mal tag ja aber das siehst du hat eine sehr interessante funktion nämlich das kann eine belichtung wieder aufnehmen das heißt also kann stundenlang belichten in einer nacht und am nächsten tag abends kann ich sagen mach mal weiter wo du gestern aufgehört hast und so kann ich 42 stunden belichten und je länger ich belichte desto weniger rauschen habe ich dann drin also dieses gegriesel was ihr hier seht das ist natürlich nicht bestandteil des fotos im grunde genommen und dann kann ich natürlich absolut fantastische aufnahmen machen hier hatte ich muss mal ganz schnell mal gucken neun minuten aber man muss natürlich auch sagen immer wieder mit wolken dazwischen und dann habe ich mir gedacht das wird ja sowieso nichts kann ja gar nichts werden aber dann habe ich eben diese funktion gesehen wo ich mir gedacht habe ach guck mal wow das heißt also das ist unser handel nebel und dieses foto was ihr jetzt hier seht das ist das original foto des siehst du es 50 9 minuten belichtung gesteckt das was sie auch am handy sehen werden und am handy guckt es ein bisschen besser aus warum weil das handy display kleiner ist und die pixel näher beieinander dann sieht man auch das rauschen nicht so aber wenn man natürlich analysiert solche fotos dann guckt man sich natürlich auch ganz genau an wo sind denn so die problemzonen und ja das ist klar dass bei einer relativ kurzen belichtungszeit immer noch rauschen drin ist und was auch wichtig ist die lichtverschmutzung das heißt also wenn man jetzt zum beispiel die lichtverschmutzung hat so wie ich wo eine straßenlaterne direkt vorm haus steht und die ja nicht ausschaltet oder auch nicht ausschalten kann dann hat man natürlich immer so ein bisschen problem und was bei mir auch dann der fall war jetzt muss ich mal gucken ob das bei dem foto schon war 21 17 nein da hatte ich noch kein nebel aber später kam dann der nebel ich wollte dann noch andromeda fotografieren aber der nebel hat mir dann einen strich durch die rechnung macht aber wenn ich die dann mal ins bildchen bekommen dann zeige ich euch das auch noch wie die ausschauen so jetzt haben wir also hier unseren handelnebel die rohdaten sozusagen und was ich jetzt gemacht habe ist eine ganz kleine kurz bearbeitung das ist überhaupt nichts wo man spezielle software braucht sondern es ist einfach nur ein bildbearbeitungsprogramm ein bisschen noch getrimmt dass man die strukturen im nebel einfach besser erkennt um eben auch dann diese handelsstruktur ein bisschen besser zu sehen ja und da muss man ganz ehrlich sagen also die reine bildinformation die hier gesteckt wird also in diesen fit dateien jeder der sich mit astrofotografie auskennt der weiß was das ist das ist schon absolut faszinierend was da was da alles mit drin ist an daten und was man dann hinterher noch damit machen kann wenn man das ganze bearbeitet oder oder wirklich professionell bearbeiten will wohlgemerkt die meisten werden sich die mühe natürlich nicht machen um professionell zu arbeiten weil das siehst du da ist 50 im grunde genommen ja schon wirklich viel macht also das neun minuten ich meine es ist ja gar nichts im grunde genommen und trotzdem dann ein bild in dieser qualität das ist schon das ist schon gut ja und vor allem auch was jetzt preis leistung angeht bei diesem teleskop faszinierend gut ja also mein man kann natürlich in haben auch viele in die kommentare geschrieben ja aber wenn man dann die und die ausrüstung hat ja das ist schon klar also natürlich wenn ich jetzt in ausrüstung investiere zum beispiel auch theoretisch wäre es möglich eine spiegelreflexkamera und dann nachführgerät ja dass man also auch wirklich dann lang belichten kann und die erd rotation dann auch ausgeglichen wird die einarbeitung in dieses thema auch zum beispiel so ein objekt zu finden das ist dann allerdings der aufwand den man betreiben will mit sternkarten und so weiter und so fort und dann suchen dann finden und dann muss man auch noch also da da ist sehr viel arbeit drin in der hobby astronomie oder auch in der professionellen astronomie das siehst da nimmt dir das alles ab das findet das objekt macht ein foto und zeigt dir ein objekt was du vorher noch nie gesehen hast zumindest nicht mit dem equipment was du wahrscheinlich vorher hattest das siehst da es 50 im übrigen auch ein absolut tolles gerät als zweitgerät das heißt also wenn man jetzt mit einer großen ausrüstung draußen unterwegs ist oder das die große ausrüstung zum beispiel auch nicht unbedingt immer durch die gegen zerren will das ist ja immer so ein thema zum beispiel für die kometen beobachtung jetzt dann wenn mitte oktober dann unser komet zu sehen ist der dann absolut beeindruckend am himmel sein wird ist es dann natürlich auch so dass man wenn man so ein teures equipment immer durch die gegend schiebt dass das auch nicht unbedingt gut ist außer man hat natürlich immer eine feste position wo man sein teleskop verwenden kann aber auch wie gesagt das zweitgerät absolut eine tolle geschichte um dann dementsprechend auch bestimmte fotos vorab zu machen parallel zu machen zusätzliche daten also das ist schon wirklich eine tolle geschichte so mein lieben und nun kam ein anruf dazwischen aber vielleicht auch gar nicht so schlecht denn ich hätte wahrscheinlich noch zwei stunden referiert über meine begeisterung zum abschluss dann noch mal hier das teleskop unten wie gesagt in der video beschreibung der link wenn ihr das dort kauft wie gesagt dann bekomme ich eine provision das produkt wird aber nicht teurer für euch aber ihr unterstützt eben auch meine arbeit damit und bis jetzt haben es schon etliche gekauft und ich bekomme immer wieder fotos von denjenigen die das ganze jetzt selber nutzen und das könnt ihr im übrigen auch machen also wenn ihr das teleskop gekauft habt oder jetzt dann kauft dann könnt ihr mir gerne eure bilder schicken ist immer interessant und manche fotos sind dabei wow ja und ich bin schon ein bisschen neidisch wenn ich ganz ehrlich bin weil bei mir immer die wetterverhältnisse nicht so optimal sind momentan nein ich habe halt wahrscheinlich eine sehr schlechte zeit erwischt um für mich selber fotos zu machen aber gut okay das ist so und wer mit dem thema astronomie vertraut ist der weiß ganz genau deutschland ist ein ganz 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 schlechtes örtchen um dementsprechend fotos zu machen oder auch astronomie zu betreiben das ist einfach unserem wetter geschuldet und auch ja so wie ich jetzt gesehen habe in den nächsten tage jetzt bekommen wir ja sogar einen ausläufer eines ex hurricanes das heißt also das wetter wird wahrscheinlich wieder nicht so optimal werden aber das macht ja nichts dadurch dass das teleskop so schnell einsetzbar ist und auch einsatzbereit ist kann man auch kurze wolkenlücken immer wieder nutzen um dann sehr tolle fotos zu machen so meine liebe schöne zeit vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal